Der richtige Ton in einer angenehmen Lautstärke, das gehört einfach zum Musikhören am PC oder zum Spielen am PC dazu. Den umständlichen Weg für die Lautstärkeregelung über das Audio-Menü, den ersparen Sie sich in Zukunft, dank dieses kleinen Helfers von Q-Sonic. Das praktische Zubehörteil für alle PCs ändert die Lautstärke der Lautsprecher durch eine Berührung mit Ihrem Finger. Streichen Sie auf der Bedienfläche einfach nach oben oder unten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu senken. Wenn es ganz schnell gehen muss, schalten Sie den Ton durch zwei Sekunden langes Drücken umgehend stumm und natürlich auch ebenso fix wieder auf laut. Der externe Lautstärkenregler ist sofort einsatzbereit. Schließen Sie ihn einfach am USB-Port an und genießen Sie den neuen Bedienkomfort. Software oder Treiber benötigt das Gadget nicht. Befestigen Sie den Regler am besten mit dem mitgelieferten Klebeband am Monitor. So ist er immer bequem in Reichweite. Ohne den geringsten Zeitverlust beim Arbeiten oder beim Spielen oder beim Musikhören können Sie dank dieses kleinen Helfers von Q-Sonic mit nur einer Handbewegung ändern. Mehr Komfort geht nicht! Mehr Komfort geht nicht! Vielen Dank.